Ja, für den Südkurierer stehen hier die M&M Torjäger Maszek und Mayer, Thomas Maszek, Sven Mayer und dann der Alberto Di Girolamo noch. Ihr drei jetzt sind zwar noch nicht Meister, aber aufgestiegen. Wie ist das Gefühl? Total cool oder wie? Ja, mega geiles Gefühl natürlich. Und die zwei haben dazu beigetragen, dass wir heute natürlich mit dem Sieg nach Hause gehen. Wie war denn das mit euch? Ihr habt fünf Tore gemeinsam erzielt, oder Sven? Alles Vorarbeit, Thomas, Thomas Vorarbeit, Sven. Eins, glaube ich, noch von Mario Sava. Das hat ja heute geklappt, wir haben Schnürchen, oder? Ja, für das stehen wir auf dem Platz, dass wir zusammen Spaß haben und dass auch hin und wieder mal was klappt. Und heute hat mal wieder was geklappt und von dem her sind wir glücklich und wollen jetzt heute den Tag genießen. Bisschen durchdrehen nachher, wenn wir was reinkippen. Bisschen durchdrehen. Das gehört dazu. Die dritte Halbzeit ist meine beste Halbzeit. Thomas hat heute Spaß gemacht, oder? Torvorlage, Tore geschossen, jetzt sind wir Aufsteiger. Okay, dann feiert noch schön. Merci.